Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Verteidigungsfreunde zur Castle-Story. Ja, wir sind immer noch groß dabei, mit Holz hier alles aufzufüllen. Guck mal kurz her. Du musst uns ein paar Baumstimme wegmachen. Leider. Einmal den hier. Einmal den hier. Und die zwei noch. Diese der Weg leider zu einer anderen Kante. So, dann kannst du mit deiner Arbeit weitermachen. So, hier drüben sollte noch jede Menge Holz sein. Sehr gut. Naja, von Bier aus. Wir müssen da später eh ziemlich tief runterbuddeln. Du kommst immer noch nicht an deine Beine. So, jetzt solltet ihr wieder an Holz kommen. Wenn ihr da rauskommt, wo ihr gerade seid. Hauptsache wir werden pör pör alles los an Holz. Genau, mach da vollständig hoch. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Du bist gut, du stehst im Weg. Warum auch immer hier so rumkommen ist. Ist ja nicht so, als ob hier nicht noch weitere Wege runter wären. Jetzt aber noch etwas. Du bist so, ich habe ihn mit mir geöffnet. Ich bin hier wieder ganz schön. Ich bin hier bei der Haut, da waren wir jetzt direkt. Ich bin hier bei der Haut. Ich bin hier bei der Haut für den Gehen. Du glitscht dort um. Auch gut. Du kommst immer doch nicht an den Baum da dran, hm? Dann hilf du mal hier. Oh, jetzt haben wir hier drüben Holz. Noch nicht mehr lange und wir haben auch hier fertig. Hopp! So, nächstes Mal hier. Oh! Gut. Hm, der bringt seine Stelle schon wieder zurück, wahrscheinlich weil der andere aufbilden wird, oder ihr? Und ja, eigentlich bist du auch noch zu nah an der Ecke, glaub ich. Also musst du leider auch weichen. Oh, wer war die? Äh, jetzt? Äh, nicht abtragen, sondern noch mehr draufsetzen. Und zwar hier. Äh, nicht abtragen. Äh, nicht abtragen. Aufhören. Oh. 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 Wo kommst du nirgends raus, hm? Na doch, jetzt kommst du raus. Ich kann die Häuser sein und ich kann die Häuser. Ja, jetzt schau ich an der Höfst? 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 Okay, muss ich den Baum erst irgendwie ausgraben? Okay, muss ich den Baum erstellen? So, jetzt gucke ich da an. Gut. Au, ist das Eisen? Sieht aus wie Eisen. Oh, da ist ein bisschen Eisen. Interessant. Tum, tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. 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 Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. 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 Reihe an Holz. So, hier wird schon weitergebaut. Oh, unser Fletten ist schon fertig. Naja, von hier aus sieht man nicht mehr viel von den Bäumen. Ich schließe ziemlich sauber ab eigentlich. Ist gut. Da hat wieder ein Baum die Rakete gespielt. Aber ja, guckt euch an wie viel Holz hier noch rumliegt. Da haben wir noch mehr als genug. Ihr helft mal alle lieber beim Bauen. Geht's schneller. Weil bald können wir hier ganze Lines ziehen. Wir müssen dann auch hier noch ein bisschen. Und dann geht's ans Auffüllen. Und dann mehr. Ja. Und ja, ist halt wirklich etwas träge. Was gerade so passiert. Aber wie gesagt, bis wir unsere Bauplatz fertig haben, kann es eine Weile dauern. Nun meinen wir mal das Eisen da weg. Das ist eine Weile. Nur meines Mal das Eisen da weg, dass das nicht Weg umsteht. Nicht mehr lange, wir haben unseren zehnten Vektorn. Wobei der an dieser Stelle auch nicht viel schneller machen dürfte. Vor allem, weil jetzt gerade die Transportwege von da drüben nach hier drüben etwas lange sind. Oh, sehr schön, das Eisen ist fast abgebaut. Oh Gott. So, und jetzt können wir hier die erste schöne Reihe machen. So, das heißt, hier ist alle.